Hi, ich bin's die Klara und wir machen heute auch direkt weiter mit dem, ach dieses Buch fertig. Und heute kam mir die lustige Aufgabe von Wegen, Moment, für Abdrücke von Händen und Fingern, macht sie geschmutzig und presse sie dann hier drauf. Ich habe mir jetzt ganz lustig einen Kaffeesatz geholt, weil ich nichts anderes gefunden habe, jetzt auf die Schnelle. Ich meine, ich könnte auch auf den Balkon gehen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust auf den Balkon zu gehen, wo heute die Sonne echt schön scheint, aber ich war heute schon draußen und es ist kalt inzwischen. Und ja, ich versuche jetzt auch gerade irgendwie dreckig zu machen, aber im Moment gelingt mir das nicht sehr gut. Aber ich war heute schon draußen und habe mit meinen Nachbarn auf dem Balkon habe ich Kassi getrunken und war eigentlich sehr schön. Meine Katze hat es auch endlich mal wieder auf dem Balkon geschafft. Und ja, jetzt mache ich halt ein paar Fingerabdrücke und keine Ahnung. Im Moment ist das halt eher sehr, hm, weiß ich nicht. Aber schaut irgendwie witzig aus. Aber ich glaube großartig irgendwie, was wird mir nicht dazu einfallen, was ich daraus kreatives machen könnte. Aber ich habe heute die Musik leise gemacht, damit ihr nicht die ganze Zeit Trivium hören müsst, aber im Moment laufen eh die uralte Bravo-Hit-Lieder, äh, so, was war jetzt halt Pump Up The Jam. Und im Moment glaube ich laufen sogar die Ärzte. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, weil ich höre ja so gut wie nichts. Aber das macht nichts. So. Ich habe jetzt halt ein paar, hm, wunderschön braune Fingerabdrücke gemacht. Wirklich herrlich. Und vielleicht fällt mir später noch was ganz kreatives dazu, aber im Moment überhaupt nicht. Und dann bin ich auch schon wieder für heute fertig. Und morgen muss ich, äh, mir was ausdenken. Ich hoffe das klappt, so wie ich das mir erhoffe. Gut, wenn es euch gefallen hat, äh, lasst mir sämtliche Daumen, Hühneraugen und Zehen und überhaupt irgendwas da. Wenn ihr mich nicht verpassen wollt, dann klickt wie immer oben auf das rote Kästchen. Unten gibt's auch noch mal ein rotes Kästchen, wo ihr mich abonnieren könnt. Und wie ich schon gestern sagte, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir sämtliche Fragen stellen. Und ansonsten steht unten in der Videobeschreibung steht natürlich auch noch der Link zu meinen anderen Seiten. Und darunter fällt natürlich auch Ask.fm und da dürft ihr mir auch Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, wie gesagt, freue ich mich über jeden, der mich abonniert, äh, beziehungsweise mir folgt in Twitter oder Facebook oder sonstiges. Ich freue mich über jeden. Dann wär's das für heute. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Aufgabe. Ciao!